Hallo, guten Morgen. Wir sind auf dem Weg zur A-Stelle. Wir stehen im Stau. Sieht man das? So kennt ihr das auch. Wir haben jetzt das Material hochgeschleppt. Vier Stockwerke. Außen haben wir es heute recht frisch und haben hier Mützen und Gigi Jackmann und alles mögliche an. Und hier innen drin ist geheizt ohne Ende. Also ist mir jetzt eigentlich wieder total nass geschwitzt und auch dann wieder raus in die Kälte. Super, oder? So. 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 zeichne ich den großen Falz an. Ich zeichne jetzt den großen Falz an. Mein kleiner Falz hat 2,7, deswegen mache ich den auf 4,7. Bei den großen Falz machen wir das immer so, dass wir hier gerade hochschneiden. Das dann hochklappen. Und jetzt kann man natürlich nachher das hier noch nähen, um das über den großen Falz einzufalzen. Das hat dann hier kein so offenes Eckchen. Das seht ihr aber nachher noch wahrscheinlich im Video, was mein Vater oben filmt. So. Also eigentlich habe ich auch noch mal auf dem Balkon liegen, wenn du es haben willst. Ja, okay. Musik 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 Noch ein paar Worte zum Projekt hier, hier oben dürfen wir den Fürst machen, kam spontan noch dazu zum Auftrag. Da haben wir schöne Blenden gemacht, zweiteilige Verkleidung, also eine Kehlrinne und eine Blende. Das ganze Material hier, was wir hier verwendet haben, ist ein 1 mm Aluminium farbeschichtet in RAL 9007, so Graualuminium. Und hier an den Gaubenbacken, da hat sich der Bauherr sich gewünscht, einen 2 mm Aluminium, also Aluminiumtafeln, möglichst aus einem Stück, die wir dann da drauf genietet haben auf eine Unterkonstruktion aus Z-Profilen. Ja, und dann haben wir hier noch jede Menge Verwahrung rund ums Haus. Da zeige ich euch nachher auch noch ein bisschen was. Da wird es dann auch mal ein Video dazu geben. Da haben wir so Geschossbänder hier, ich glaube so insgesamt 200 Meter montiert. Da sieht man den Giebel noch ein bisschen. Für die Zimmerleute hier vielleicht auch interessant, die Konstruktion. Da gibt es so ein Hasenstahlgitter, Edelstahl, das man dahinter gemacht hat. Der Bauherr, da haben wir da Bedenken mit Kleintieren. Und dann eine schöne Lamellenfassade davor. Also sieht, wenn es fertig ist, sieht es bestimmt ganz nett aus. Hier hat der Dachdecker noch ein bisschen gewütet. Ja, fehlt noch was. Gerade war das Brett vergessen und einige ist angezündet hier. Fand ich jetzt nicht so hübsch. Aber da unten hat er es ganz gut hingekriegt. Jo, und wir haben kurz vor Weihnachten natürlich hier einen ordentlichen Stress und auch recht dynamisch das Ganze. Der Zimmerer will noch, der Dachdecker will noch. Hier auf der Baustelle auch noch. Und alle Anschlüsse sollen fertig sein und das Gerüst soll abgebaut werden. Jetzt noch in zwei Wochen. Also da gibt es noch eine Menge zu tun. Aber für uns passt es eigentlich wie süß. So bei den letzten Zügen. Jo. Jetzt ist es kurz vor zwölf. Machen wir nach dem Mittag. Jetzt schaue ich mal nach der Luisa. Die kleppert da im Hintergrund noch ein bisschen rum. Und dann essen wir erstmal was. Mahlzeit. Luisa ist der Hunger. Ja, bei uns ist es so, dass ein Projekt das andere jagt und jetzt bin ich schon auf der nächsten Baustelle. Die Luisa hat euch da vielleicht schon das eine oder andere gezeigt. Auf Instagram. Und die wird euch dann mitnehmen. Schaut da vielleicht bei uns mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Da gibt es immer so eine kleine Story über den Tag verteilt. Wir haben hier ein nettes Pultdach zu decken. In Stehfallscharen noch kurz vor Weihnachten. Ja, Material ist schon alles oben. Am Start, da werden wir auf jeden Fall auch die Kamera mitnehmen. Luisa wird euch da ein paar Einblicke geben noch, was hier auf der Baustelle so geht. Aber ich wollte mich einfach nochmal bei euch melden und bei euch riesig und recht herzlich bedanken für die 4000 Abonnenten hier auf Spenger TV. Wirklich super und freut uns riesig, dass ihr uns weiter begleitet hier auf unseren Projekten. Und ja, die tollen Kommentare. Ihr seid die Besten. Super bleibt weiter dran. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Meister Book für Spenger TV. Los. 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 Bis zum nächsten Mal.